Doch, links! Ich hol den. Ja, ich loot den schnell. Vielleicht hat er was cooles. Mach den anderen. Oh nein, der schwack von mir rum. Der ist besessen. Wie er am Rumspacken ist. Das sind Anomaliden. Ich nüs mal laufen. Deswegen hab ich gesagt, Fettphobia, du fettes Kind. Du weißt schon zu viel. Das war ich wegen Danny. Der hat das komplette Läuste. Nicht mit dem Gewicht hin, weil er fettphobic ist. Und er sagt, dass er alle fettphobic sind. Und er geht niemals zum Arzt. Und er wird niemals abnehmen, weil er doch gesund ist. Ja, so sieht's aus. Erstens nicht, wie er gesund am Atmen ist. Mit Seinen Ã... Alles normal bei ihm? Er hat doch keinen Grieg. Okay, dann schwarz, das nicht zu weit. Danny is ne構. Mario, Junge. SS Kaspar. Jetzt! Leo war Nazi-Sau. Warum ich, Digga? SS, Junge. SS Kaspar hieß es. Nicht SS Leo. Warum ich? Na und? Du hast SS gesagt, du Nazi-Sau. Du bist Nazi-Sau. Ey, was? Halt die Fresse! Kaspar, SS. Ey, Leo, woher du kennst, dass du dich mit dem Slug wirst? Ach, Digga. Ich hab kein Wort von dem verstanden, Digga. Leo, wenn du... Wie willst du raus mit... Also, woher weißt, dass jemand ein Slug ist? Ähm... Ob er arm ist. Gut, gut, aber nein. Wenn... wenn er... wenn er Quas in seinem Kofferraum hat. Jetzt hat er dieses Auto gerade. Wenn er passt in seinem Wassern? Quas. Um was? Nein, Quas. Wenn er Quas hat, um was, das... Ja, Quas. Ja, aber um sein irgendwas hast du gesagt. Nein. In seinem Auto. Kofferraum. Ach so. Hey, wer hat das? Bagagschnick. Wer hat das? Ja, dieses... Dieses Auto, was ich gerade gedrückt hab, das hat ja Quas im Kofferraum. Das A, Junge. Jetzt verstehst du. Ich war gerade richtig aufm Schlauch, Alter. Ja. Na, ich dachte, du hast gesagt... Was? So... Ich hab nicht gewartet, dass du das Auto fährst. He, oberschwul. He, bist voll schwul. Voll schwul und nicht über Autos. He, he, he. Oh, man. Wisst du, ich hab doch gesagt, Casper, es geht. Er redet immer nur über Autos. Er hat einen kleinen Penis. Hast du gehört, Casper? Wir haben dich gebastelt, Bro. Hallo? Oh, okay. Bro, man. Warte, ich will noch was sagen. Nennt mich Cringe, aber ich will einen Swice-Kanal erstellen. Den nenne ich einfach... Keine Ahnung. Casper SS. Nein, nein, nein. Ich mach's einen Swice-Kanal, wo ich nur so... EFT-Shitposts oder EFT-Mini-Clips erstellen werde. Und da werde ich jetzt... Ich hab die ganze Zeit das aufgenommen, das werde ich jetzt hochladen. Das nenne ich dann Escape from... äh, Diebe-Konversation oder so. Okay. Ja! Escape from... Escape from... Escape from... Äh... Escape from Casper SS. Nein, nein, nein. Escape from... Geist, reiche... Konversation. Weißt du, warum bist du so... Ne Nazi-Sau, Digga? Gell? Du bist fucking wohl. Ich hab voll viele Nazis, actually. Hallo, Casper? Casper! Ignorier mich nicht, Digga! Uncool, Bro. Uncool. Uncool. Ich kann das da nicht hoch springen. Uncool. 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 Casper! Ich glaub, er ist so buttfuckt, dass er nicht mehr reden will. Casper! Danny? Was ist jetzt los, Alter? Nix. Was? Pfff! Pfff! Hör, er ist gegangen! Ja, der hat jetzt Recht dafür... Recht... Ihr jetzt gutes Recht gehabt, das zu machen. Casper ist auch gegangen. Das ist einfach gegangen. Ich glaub, wir haben die... zu Tode genervt. Er ist dann auch. Casper sagt nichts! Casper? Dann wollen die halt nicht reden, Discord. Warum seid ihr denn im Vollschein, die Jungs? Jungs! Nix! 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 Ich weiß, der ist die ganze Zeit. Da ballert doch einer, wie blöd. Den will ich holen. Bevor er mich holt. Boah! Ja, was ist... Ich raus aus dem Raid. Junge, ich versteh nicht! Weil du in den Zimmer reingekommen bist! Das ist so leise! Geh raus aus dem Raid! Noch nicht, warum? Ich will dir einen Clip zeigen. Ja, dann warte halt! Ich will Leo den auch zeigen, aber es geht um F1, deswegen. Wahrscheinlich interessiert ihn nicht. Hat er meinen Namen gesagt? Ja, er hat meinen Namen gesagt, oder? Ja, er hat den Namen gesagt, er hat gesagt... Er will mir einen Clip zeigen. Und der Clip geht in Formel 1, das sieht Leo wahrscheinlich nicht. Das hat er gesagt. Ne, also ich werd ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen, ist die Sache. Das war eine Frage, was ist eigentlich los mit dir? Hey, ist das Kasper? Was passiert hier gerade? Ja, Kasper ist voll am Schlaufen, wieso hörst du den nicht? Er ist für mich so leise! Ja, ich muss zugeben, ich hab ihm auch 200% Was, wir haben 200%? Weil er so leise ist! Ferner, ferner! Weil der Junge nicht weiß, was er mit seinem Mikrofon machen soll! So ein Vita, ohne Witz! Also ohne Witz, ich bin echt widely erneut, ich bin wirklich genervt! Von was? Von was? Ja, von dir kannst du mal, Alter! Sky, ich frag mich nur warum! Okay, okay, was soll ich sagen? Dein Mikrofon nicht einstellen! Du bist immer so fucking leise! 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 Okay, warte! Jetzt weißt du, wie ist das mit uns? Moment, Moment! Ja, komm! Der Typ kann lauter reden als ich! Ich versuche auch gerade noch so nicht rumzuschreien! Der Typ, Alter! Der Typ, Alter! Wer ist noch bei CSGO? Der Typ, Alter! Ja, der Typ, Alter! Was ist denn? Kaspar ist wieder reich, Digga! Ich weiß nicht! Kaspar muss in die Haie, Digga! Kaspar denkt, der war reich, Alter! Er ist reich, er ist Jude! True! Man weiß nicht, wie viel Geld er hat! Aufzunehmen, Alter! Sorry, Digga! Das ist deine Juden-Aura, Digga! Die macht mich krank! Ich bin reinrassig! Du hast so viele DB2-Dokus geguckt! Ja, bin ich aber Junge! Habt ihr da noch einen gekillt? Nee, gell! Ich hab keinen Schlüssel dabei! Oh fuck, ich hab ihn vergessen gezogen! Ich hab ihn! Du musst doch eigentlich das Scanner hier haben, oder? Ja, Roshala eigentlich! Echt? Ich hab's vom Skev bekommen! Was? Das ist ein Schlüssel! Wieso Roshala-Kassler? Er hat gesagt, wir müssen vom Skev sehen! Nein, es gibt ihm den Schlüssel! Ich hab ihn! Ich hab ihn versuche zurück! Aram, was ich tue? Wie geht das?